Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost in the Shell Standalone Complex First Assault Online im mal wieder Terminal Conquest zusammen mit Oli N. Verbuuus! Na was geht? Joa, läuft. Von mir sind alle gestorben. Weil da oben ganz viele Gegner waren. Und jetzt bin ich auch tot. Ja, ich bin auch gestorben, weil da so viele Gegner waren. Ja, ich spiele Terminal Conquest. Das ist so ähnlich wie Battlefield, nur viel geiler, weil es mit Manga Männchen ist. Na, Battlefield ist natürlich viel geiler. Aber dazu, da macht ja jeder Let's Plays. Wir machen halt Let's Play hierzu. Richtig. Ach, was war das denn? Ja, da bin ich wohl auch schon. Ich hätte mich aber fast gerecht für dich. Denn ich bin gerecht. Du bist gerecht oder du wurdest gerecht? Ich bin gerecht. Ich bin gerecht. Ah, nein. Okay, wir haben mal wieder ein Think Tank. Haha. Ah, nein, nicht ins Gesicht. Der hat mich gemessert. Das ist Arschloch. So ein Arschloch. So ein dummer Zipfel. Oh, oh, oh. Ach, ich sterbe hier nur. Ich verricke nur. Ich habe einen Kill, zwei Kills, zwei Tote. Ich habe zwei Kills, einen Assist und... X-Tote. Ja, ganz, ganz groß. Ganz groß, ey. Ja, Ladschiff-Granaten, ey. Jetzt habe ich oben gelesen, Hitler entdeckt, statt Hacker entdeckt. Ja, ist... Hitler wurde entdeckt. Boah, jetzt müsste es ein Mod geben, ja. Dass diese Think Tanks, die Stimmen von Hitler haben. Falls nicht da von einer von euch damit auskennt, ja, macht es nicht. Lasst es. Macht es nicht. Die haben schon zwei Terminals erobert. Macht es nicht. Ja? Es geht hier aber auch wahnsinnig schnell. Wow. Weil die sich da halt mega gut einbundigen können. Ja. Ja, gut, es scheint ein schnelles Match zu werden. Uff, wenigstens Kopf-Kopf-Kopf-Header. Ein Header voll, voll in die Beine. Ja! Genau! Ich komme da halt nicht mal in die Nähe von diesem Terminal, ja. Ja. Ja, Finale. Weißt du, wenn sie das jetzt noch erobern, haben wir verloren. Ja. Ist geil, oder? Ist halt mega geil. Kopfschuss. Granatenriegen. Oh, ich bin am Hacken, aber ohne Scheiß. Ja, ich habe versucht, ein bisschen die Gegner zurückzuhalten, aber nö. Die haben einfach gesagt, mag ich, mag ich nicht. Ich habe aber keinen Bock drauf. Jetzt erobert der andere, ey. Fuck, jetzt ist es schon so weit getrieben. Und habe sogar noch einen neutralisiert. Das habe ich noch nie gelesen. Neutralisiert hatte ich schon ein paar Mal. Aber ich weiß nicht genau, was. Alter! Das ist... Ja, das war das mit diesen Seeker Drowns. Ja, genau das. Das war halt auch mit zwei oder drei. Ja. Da ist ein getarnter. Alter, jetzt stehen die hier schon am Spawn rum, oder? Ja. Ja, ich glaube, das haben wir voll verkackt. Ein bisschen? Ja, ich spawne und sehe vor mir zwei Leute sterben. Ist das nicht schön? Ne, überhaupt nicht, ey. Die müssen ja fünf Terminals erobern. Ne, außer sie ja... Ja, außer... Dann ist es Sheetigold. My Think Tank. Alter, kriegt mir das auf den Piss hier, ey. Ja, jetzt war wieder eine andere Waffe hier. Obwohl, die MP5 war eigentlich ganz gut. Na, guck mal, vielleicht wird es ja doch noch irgendwie irgendwas werden. Schöner Kill und tot. Ja. Ist bei mir auch so. Mach einen weg. So. Mach einen weg. Tod. Na, ich glaube, ich muss ja auch trotzdem wieder auf die M4 gehen. Weil die dann... Ja, genau. Genau. Das war großartig. Das war sehr fix. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. War ein bisschen unterhaltsam, uns hier beim Fail zuzugucken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Ghost in the Shell mit dem Baron. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.